Yo, meine Lieben, ciao, ciao, waa! Und so weiter, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Heute zeige ich euch mal wieder ein freshes Minecraft Ender Games Kit, denn heute spielen wir mit dem OP-sten Kit in Minecraft Ender Games. Zumindest war es früher so. Jo, da haben sie recht. Nö. Und zwar mit dem ultimativen Zielsucher-Kit, Leute. Und die Fähigkeiten vom Zielsucher-Kit sind, er bekommt, sobald ein Gegner in der Nähe ist, sprich 30 Blöcke, und der weniger als 5 Herzen hat, bekommt er Schnelligkeit 3 und 20% mehr Schaden. Seine Ausrüstung ist ein Goldschwert und Goldschuhe, Leute. Das heißt, wir haben schon mal ein bisschen was von dem Anfang, Alter. In der Tat. Leute, hier seht ihr, hier seht ihr mein Fresh Mate. Mit dem werde ich in dem Ender-Game-Turnier teamen, was bald ansteht. Dazu werde ich auch noch ein Info-Video raushauen. Seid gespannt, aber jetzt jumpen wir erstmal in die Runde. LOL. Alter, gebt euch mal, wie voll die Ender-Games-Runde ist. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Erstmal Bäume abbauen, ganz entspannt, Leute. Das ist auch so irgendwie der Standard in Ender-Games. Das macht hinterher jeder, man springt runter als erstes Bäume abbauen. Also ich fand es nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Und natürlich ist das Ziel, für diese Folge, den Vorteil dieses Kids halt auszuspielen. Nein, doch. Und hinter uns ist dieser Keine. Surprise, motherfucker. Was kannst du eigentlich? Nachdem die erste Runde ein kleiner Reihenfall geworden ist, sind wir jetzt in der zweiten und ich hoffe, dass wir da irgendetwas reißen können. Definitiv nein. Okay, nice. Wieder einen relativ guten Start. Nice. Okay, da hinten sind direkt Bäume, Leute. Die holen wir uns mal direkt. Nein. Ich teile es doch nicht in der Aufnahme aus. Ich teile es doch nicht in der Aufnahme aus. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Dritte Runde, Leute. Gibt es sowas denn schon hier? Manu, des Videos wahrscheinlich noch gar keine Minute lang. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ja, da haben sie recht. Bäume abbauen zum dritten Mal. Mein Gott. Leute, ich hoffe mal, dass ich jetzt mal in der Runde die Fähigkeiten vom Kid ausspielen kann. Ich werde getötet. Ich time aus. Aber jetzt im letzten Versuch werden wir es schaffen. Nö. Ey, Leute. Das sieht mir sehr scharf nach einem Kill aus. Ich habe gar keinen Sinn. Nein. Ja, Leute. Genau da. Da. Da habt ihr es gesehen. Das war der Vorteil vom Zielsucher. Ich habe jetzt Stärke und so bekommen im Kampf. Leute. Wo ist der Typ? Äh. Äh. Was? Ja, Hacker. Nice. Nice. Leute. Was soll denn das? Super. Ich spiele. Ich werde zerhackt. Das ist doch wieder wunderschön. Wunderschön ist das hier. Ja, da haben sie recht. Leute. Ich würde dann auch mal sagen, das soll es vom Video gewesen sein. Sorry, dass das Video mal ein bisschen kürzer ist. Dass ich aber nichts auf die Reihe bekommen habe. Liegt nicht an mir, sondern an den Gegnern oder an meinem Internet. Weil das scheiße. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, 6 Minuten älter Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein. Macht's gut. Und. Ciao. Ciao.